Wie heißt Michael? Zeug mit Vornamen. Ja, aber dann habe ich ein Problem. Wenn du dann sagst Michael... Susi! Stefan Kloos Knut Reinhard Martin Krex Kalle Riedle Stefan Chapuzar Julio Cesar Klaas Ricken Bodo Schmidt Ibrahim Tanko Thomas Frank Stefan Reuter Jetzt weiß man schon gar nicht mehr, wer alles schon gesagt worden ist. Warten wir mal. Flemming Paulsen Einmal Mark Arnold Bodo Schmidt René Tretzschow Bodo Schmidt Bodo Schmidt Bodo Schmidt Schwer. Günter Kutowski. Ganz schwer. Ganz schwer jetzt. Brechen wir hier ab. Wird gleich dunkel. Scott Boos. Ich hätte jetzt auch keinen mehr gewusst. Ja, aber wir sind schon gut. Also kommen wir zu. HSV. Bayer München. Mönchengladbach. Werder Bremen. Schalke 04. 1. FC Köln. Fafel Bochum. 860 München. Scheiße, da dachte ich dein Kind an. MSV Duisburg. Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen. Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt. Schwiebel, ich echt. Wolfsburg. Nein. Kaiserslautern. Aber die waren auch alle in der zweiten Liga fahren. Ganz schnell wieder. Ja, aber hätte ich jetzt genommen. Trainer. Othmar Hitzfeld. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Winnie Schäfer. Christoph Daum. Ja, da muss ich mich bei ihm bedanken, dass er mich hier vorgeführt hat. Gutes Pferd. Hat ja gereicht. Ich finde, wir haben beide gewonnen. Nee, das finde ich jetzt nicht. Aber ich finde, wir haben es beide gut gemacht.